Macht der Heimat immer noch Spaß, das wird viel mehr. Je mehr Heimatdinger man spielt, desto süchtiger wird man Heimatdinger. Das ist das Problem. Bei uns war es immer so, dass der mit der schlechtesten Performance aus dem Game zuvor Support spielen musste. Angenommen. Was ist wenn der Schwubbel Support spielt und feedet? Dann nicht, einmal Support und bist raus. Dann trotzdem der mit der schlechtesten. Außer er geht wirklich irgendwie 0-15 oder so, dann muss er direkt nochmal. Aber wenn er einigermaßen anständig spielt, dann ist er auf jeden Fall frei, die nächste Runde. Und dann muss der mit der schlechtesten Performance, Der schlechteste Performance wird einfach abgestimmt. Ja, da wird einfach gewählt. Wir sind ja, wird einfach gewählt, wird einfach gewählt. Jeder hat seinen Namen und der muss sein Support spielen. Ja, das hätt ich für eine gute Idee. Lass nach OP-GG-Ranking gehen, wer am schlechtesten gespielt hat, okay? Nein, wir gehen einfach nach OP-GG-Ranking. Nein, Bro, nicht nach OP-GG-Ranking, Bro. Ach so. Bitte. Wie geil. Was ist ein Lohn? Guck mal, ich kann Beat selber mit ihr spielen, guck mich mal an. Ja, warte mal. Okay, das ist witzig. Oh, Beat selber, wie krass ist das? Viel zu da, da ist alles. Alles getroffen, ich mach nicht was. Wirklich alles getroffen gerade. 100% Hit-Rate. Wie heftig ist das Game? Alter, was ist das denn für ein Lux-Skin, Alter? Wie heißt nochmal dein AIM-Trainer? Jetzt weiß ich wieder, warum ich damals 600 Euro für das Game ausgegeben hab. Was war? Wie heißt nochmal dein AIM-Trainer? AIM-Lab. AIM-Lab. Ja. Wo du irgendwie Top 100 Europa oder so warst, ne? Also bei Gridshot war ich glaube ich Top 300, ja. Könnte das Hami überbieten? Ja, ich denk schon, wenn er grindet. Ist halt ein Grind, ist einfach nur ein Grind. Also wie ich spiel... Hami spielt Kovacs. Hami spielt meines nicht. Ich hab mich zum Beispiel nie eingeholt, weil bei Lucid, Lucid war gestört in dem Ding. Wir haben ja getroffen, das ist jetzt so ein guter Grace bin ich. Du hittest einen Autotagst, oder? Ja, genau. Top 1 wird gehen hinter direkt. Schön. Oh ja, oh mein Gott. Boah, dass der D da hinterher vielleicht war krass. Ja, der ist wild, der ist wild. Er erinnert mich mal öfter, dass ich geschieden muss, Bro. Ich spiel nicht so auf Lux. Oh. Oh, wie viel Damage macht der mir? Versuch mal gleich aggressiv auf die Dinge zu gehen. Auf die Samira, wenn du ein Sun hittest. Oh, Samira hat mir bannen müssen. Ich finde das immer so geil, wenn die zu 5 spielen und dann am Ende Noobs reinschreiben und sich... Also die sind doch in der Fiber Queue. Die müssen ja dann übel gegenseitig flamen, oder? Naja, sie flamen uns hier als Noobs. Ja, aber die haben verloren. Hä? Das macht keinen Sinn. Also... Oh, das ist doch mein Heal-Chef. Danke. Da hier. Ja, ich hasse Samira. Ich schwör... Oh... Ey, ab jetzt, wenn ich Support spiele und mein... Ey, Samira bannen, bin ich raus, Digga. Ich hasse mich. Du kannst doch Samira bannen, hä? Ich bin Supporter, Digga. Warum? Ja, ich bin tot. What the fuck? Was geht, Leute? Kannst du Bot kommen? Nice. Bot Free Gank. Bro. Erstens haben die wahrscheinlich noch alle Summon up. Nein. Mitte ist 1 HP. Wenn du einmal reinbursten kannst, ist sie weg. Und zweitens bin ich gerade beim Red Buff. Also ich bin ganz weit weg von... So, ob die sind... Ich glaube tatsächlich Mitte. Bro. Oh, die kommt auch mit... Komm, 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 komm. Ja, hier. Stunzi, Stunzi. Oh, hä? Sie greift noch nicht mal an. Ich dachte, du hast... Sie greift mich an. Ich dachte, sie kommt zu mir. Ich dachte, es ist ein Gang. Oder wusste sie, dass du kommst. Sie hat mich gesehen, aber... Ach so, das musst du doch sagen. Ich hab' gar nicht gecheckt. Ich muss wieder gerne mittehalten, wie es sich so reinfuscht. Wie geil. Aber du kannst doch trotzdem es dann... Ja, ich dachte, aber die kommt zu mir. Also, weißt du, ich wollte jetzt keinen Stun wegwerfen. Oh, die Cutter hat auch TP dabei. Was für eine kranke Scheiße, Alter. Ich muss nur ein bisschen mehr farben. Die war schon Level 4, hä? Ich weiß nicht, wie das die macht. Ne, die ist auch nur Level 3. Nevermind. Also, Bot hat keine Thumbs mehr eigentlich. Okay. Ich verstehe immer Thumbs mit Daumen, weißt du? Ja, die haben keine Daumen mehr. Ja, das sagt man auch so beim FIFA-Spielen, wenn jemand schlecht ist. Der hat keinen Daumen? Ja, ja, der spielt ohne Daumen. Oder ohne Hände, sagt man auch. Ohne Hände. Ohne Hände. Traum auch. Ey, wie hat der mich denn da getroffen, Dicker? Jeff hinted. Und wir werden gegankt. Ja. Wie war sick. Er hat auch gehealt. Er hat auch gehealt. Ich weiß ja auch nicht, wie mich das getroffen hat, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es einfach. Ich verstehe es nicht. Mein Verständnis geht gegen Null, wie mich das getroffen hat. Genau wie das Hitbox ist verbuggt. Verbuggt. Das war eine riesen Discussion mal. Ich glaube das ganze Game ist verbuggt. Ja, ich glaube. Irgendwie ist immer die Lane, auf der der Chef Strubbel spielt. Ist irgendwie immer der stärkste Champion. Und der ist verbuggt. Und verbuggt uns zu stark. Saug meinen Sack, Junge. Ja, ne kleine Saugnis eingeleitet. Und jetzt wird er hier alle die Primes abladen um die Uhrzeit. Es ist viel zu spät für Primes Subs. Können wir da rein unten? Können wir was machen? Ich bin da. Jetzt. Ich bin halt wieder dauernd rein zu gehen. Sun, 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 Sun. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Dir das gedingst. Dann sterbe ich wohl. Einfach. Nee. Ja, aber... Bro, sie hat diese Scheiß-Fähigkeit, dass meine Projektile da nicht durchkommt. Ich kann nichts machen. Ich weiß. Ich hab auch gar nichts gesagt. Achso. Ja, ich meinte nur... Ja! Ja! Das ist doch das Geilste. Die Schule rastet übel aus. War gar nichts. Ja, ich hasse sie einfach. Wir haben keinen Ignite mehr jetzt. Oh Gott. Nimm mich schlecht, Alter. Die Mitte ist schon echt ein Fight, du. Oh, Kroko, du bist so ein geiler Spieler. Ich nehme dich dafür, dass du Topline einfach gewinnst, ne? Ja, oder? Das ist schon wieder so kassiert. Ja, Kroko. Du bist so geil. Das macht das Game so viel einfacher. Oh Gott. Oh Gott. Einfach eine Lane, die gewinnt. Ich bin nicht gut. Und Leute, ich weiß. Ich glaub, die Leute denken echt, dass ich so einen Fronten kenne. Ich weiß nur, dass ich in dem Game nicht gut bin. Wir müssen gleich den. Den Drake gemacht. Den Drake gemacht. Wie kann das sein? Das ist so gelogen. Na, was? Das ist übelst gelogen. Bro, die machen uns zwei gegen drei. Das ist auch gelogen tatsächlich. Wirklich? Hast du hier herkommen? Ich bin tot. Ich weiß auch nicht. Wir haben hier ein Ward drin. Die Bixer. Ist das wie cold? Ich brauche mit dir Hilfe, ne? Die ist über low wieder. Entweder kommt gleich eine Diana oder ich weiß auch nicht. Vielleicht mal kommen. Mein Auto ist unten in dem Mittelbusch. What? Kann ich mal low wieder abbrechen? Ja, dann hab ich sie gleich wieder. Oh Gott. Ey, ich schwör, das fackt mich so ab, ne? Kannst du dich, son? Oh. Ich kann nicht mehr reinmachen. Carid Bawain? Nein. Sie dran. Ich komm, ich komm, ich komm. Kannst du rein? Ich hab leider kein Ward. Ja. Die hat mich halt töten können. Stark, Mann. Kann pushen. Ich hab Ult jetzt. Ich glaub, so wie der Fight ausging, ist er eigentlich. So wie der Fight ausging, glaub ich echt, dass die uns zwei gegen drei gemacht hätten. Solche Wave Ulten mach ich. Nein. Warum? Das ist einfach wasted as fuck, Bro. Wir kriegen der für das Lande. Nein, das ist doch fein. Wer für ne Platte, Digga? Hä? Warum ist das wasted? Die Platte hat immer glaub ich auch so, oder? Weil die Minister hat ja nicht zurückgelockt. Ja, ja. Brauch Mitte dringend Hilfe, dass ich nicht angehen. Aber dadurch können wir schon der Base gehen, ist fein. Komm gleich mal. Welcher hat's nur genervt, dass du die drei hinteren Minions bekommen hast? Ach so. Live geht es jetzt ne, oder? Dann wärst du schuld, ne? Ist ja klar. Ich hasse dich, ne? Mich? Du spielst nen übergeilen Jungler, aber du bist nicht einmal, wenn's drauf ankommt, dass es so satisfying ist. Ja. Dass man's im ganzen Körper spürt, den Gang. Muss wir gleich noch n schönes Sandwich machen. Der kam noch nicht. Das ist n Nachts Sandwich. Ja, dann hab ich Rabotlane gemacht. Das hab ich auch vorhin gehabt. Das ist gelogen. Der würde ich mir noch einmal wünschen. Wer hat's da? Hm. Samira ist das Level 6. Hauptlich chillig. Guck mal, die Diana kommt zum dritten Mal. Ich halt's nicht aus. Max ist so eine Flaming-Sau. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Kuckson, es ist. Alles gut. Okay, jetzt ist es gut. Trueframing, so. Aber was? Wie hab ich denn? Deine Cages sind ja genauso wie meine Morgana-Cages. Ja. Eigentlich die Top-Man jetzt lachen müssen. Ja, er versteht das? Wie spät? Ich muss mich erst mal erklären. Ich bin mega konzentriert. Ich bin mega konzentriert. Dann haust du da noch auf den Tisch drauf. Sehr gut. Das war mit der Linken. Ist das gut? Hat das dein Arzt eigentlich erlaubt, dass du dein Handgelenk ficken darfst? Nee, überhaupt nicht. Null. Die war schon bewundert. Ich war bei der Reha, die hat sich gewundert, ob ich meine Hand so bewegen kann, ob ich die schon benutzt habe. Dann meinte ich, ja, ich hatte einen 48 Stunden Raft-Stream. Direkt einfach zwei Wochen zu früh aus dem Gips und dann direkt rein. Jeden Tag zehn Stunden zocken. Glaubst du den gauge dich auf dumm? In der Mitte? Engage, dauer-engage mich. Aber es juckt dich ja nicht. Nee, die ist doch gar nicht drin, Bro. Oh, jetzt ist sie drin. Guck mal. Guck mal, war das jetzt satisfying? Du musst sie nur töten. Ja. Ich habe leider den, ich habe nicht angegriffen. Das war der Red Buff, Bro. Okay. Wir kommen. Na, du tötest die beide. Echt jetzt? Komm, 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 komm. Wir können da weiter. Wir können da weiter. Ohhhh. Ich kann gegen Samira nichts. Das ist der größte Noten-Champ, Bro. Meine Ulbricht nichts. Die habe ich so geklaut. Aber ich wollte... Alles gut, man. Alles gut, lass dir schmecken, Romantra. Alles gut, man. Dieser Scheiß-Kack-Champ. Das ist der größte OP, die es in meinen Augen gibt. Gnomira? Ja, ja, ja. Bro, ich kann nichts machen. Die Samira ist dreckig wach. Keine Ahnung, was ich da gerade... Ich habe gerade Out of my mind gespielt. Ich dachte, jede Runde muss immer 0 sein. Out of my mind, ich krieg's gut rum. Scheiße. Wollen wir einen Mittlenenturm töten? Ja. Out of my mind. Die damaget mich gut rein. Brauchst du dir einen gauge dich gleich? Ich gehe jetzt einmal noch hier die Minions machen, okay? Und wir brauchen ein bisschen... Wir brauchen ein bisschen... Könnt ihr den Watts zum Dragon stellen oder so? Das fände ich richtig geil. Weil sonst kann ich ja nicht... Dragon machen und Mittlen ganken. Das ist richtig. Ja, Bodlin ist die Bestie, ja. Ja, aber nicht, dass Diana den Leine macht. Danke. Der Ding kommt hier runter. Cut da. Komm mit, komm mit, Max. Ich bin echt low, ne? Komm, komm, komm hier rein. Wir gehen rein. Der Harrod macht den Turm mit und wir gehen unten rein. Okay. Hey Freunde, willkommen. Oh mein Gott. Das kannst du dir nicht ausdenken. Nein, nein, nein. Ein HP. Ein HP. Ein HP. Auch mal ein 8 HP. I-Mod bei Chef rein. Vier Leute hier! Vier! Alles getroffen. Was ist mit Harrod passiert in der Mitte? Ist der einfach gestorben? Das verstehe ich nicht. Was hätte ich denn noch besser spielen können? Ich habe die Ignite... Scheiße! Warum, warum stehst du da? Was ist da passiert jetzt? Ich habe mich so weit trefft in meine Schuhe zu nahmen. Danke für den Gank. Danke, Max. Das war Dreck. Guck mal aus, als wir runtergegangen sind. Du hast dich vom Turm treffen lassen, obwohl wir schon links alle raus waren. Ich bin halt hier der ultimative Bronze, ich habe keine Ahnung. Die kommen hoch, die kommen hoch. Ja, aber wir können die nicht fighten eigentlich. Ja, doch, die Samira ist heftig. Ihr seid doch schon full item, ne? Wird euch? Ja, wir haben doch keinen... Also wir müssen halt den Track fighten. Wir können ihn nicht einfach rauf geben. Ich habe sie gehört. Warum nicht? Cutter kommt zu euch, passt auf, ne? Die ist richtig krass, OP. Ja. Ich bin auch schon angeflasht. Oh shit. Ich werde angeflasht. Ich werde angeflasht. Oh Mann. Ich flasht auf Chef Strobel und ich kriege die Billigie mit. Ich komme. Ist das nervig. Wir kämpfen wie Löwe. Kannst du da deinen Turt einfach schon mal reinstellen, Max? Geht das? Einen dicken? Ja. Habe ich nicht, stimmt's gesagt. Samira. Oh Mann. Das ist so schwierig. Aber ich habe auch viel zu viel Geld auf der Wohnkante gehabt. Redflex. Ja, das ist scheiße. Wir verkacken das Game heavily, obwohl wir so krass am Early waren. Ja. Aber Samira ist halt ein abgebrühter Champ. Das liegt glaube ich. Das liegt glaube ich. Ja gut, wenn die sechs Kills hat, ne. Also. Ja, auch allgemein. Die kann mein E und mein Q halt dodgen und auch meine Ult, ne. Die kann alles. Ja. Alles von mir auffressen. Mit einer Ability. Und ihre Ult verstehe ich nicht. Die geht von rechts nach links. Von rechts nach links. Die Ulti solltest du nicht dodgen können mit ihrer W. Echt nicht? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nichts ist. Okay. Aber. Ich glaube es blockt gleich wie die Asu in Wall. Okay. Pass auf, du steht irgendwo in dem Gebüsch, Max. Sonst würde ich anflashen. Das Problem ist, dass hier trotzdem alles andere ist. Ich habe gleich Ulti, dann kann ich die töten. Egal, lass mal Mitte gehen. Und kein Flash mehr jetzt. Ist gut, ist gut. Kann Tom nehmen. Komm, komm, komm. Die werden hier hochkommen wahrscheinlich. Kannst du dich stun? Nö. Warum denn, Max? Äh, die rennt doch. Komm auf, die kommen hoch. Hallo, hallo. Die kommen hoch, Nauti. Mauti. Ach so. Wenn Leute sich bewegen, kann man keine Skills-Schutz auf sie werfen. Heimerdinger ist wie Namiku, Alter. Wenn der Gegner auch nur an... Ey, ey, ey. Das ist gut. Yeah. Der Hook ist ja... Der Hook ist ja... Der Hook ist ja... Yeah. Also... Ich weiß nicht. Nautilus ist... Keine Ahnung. Die Hitbox ist ganz weird. Du flamest jeden Champ, Alter. What the fuck? Nein, 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 nein. Er Hook von hier nach hier. Was ist das für eine Range? Das nach das? Das ist Max Range. Ich glaube, zu dritt können wir da so easy was machen. Die Überlegung war groß, wo macht er? Ich sagte, herrlich. Naja. Ich hab mir schon gedacht, das machst du jetzt gleich. Nein, nein, nein. So bin ich nicht. Ich bin da zu... Ich komme, ich komme. Ich komme auch, ich komme auch. Ja, mach mal. Die Knappen weg. Und wieder. Unlucky. Aber das kriegen wir noch. Ist gut, ist gut. Lass mir die auch noch. Oh, ist Max? Ich kann dir die nicht lassen. Die töten mich aus. Ey, Dicker. Oh, schön gemacht, Wayne. Sauber. Auf geht's. Sauber, Wayne. Ganz, ganz großes Kino. Hä? Okay. GroKo, du verarschst gerade, oder? Du verarschst dich gerade, GroKo. Selber bitte, dass du dich verarschst. Sag es. Sag es. Nenn es. Ich muss sagen, du hast gekämpft wie Löwe, aber dass die Wayne die Karte da weggenockt hat von ihrem Dagger war auch sehr crucial. Crucial, hörst du? Okay. Turret, boom. Ich glaub dir Boots, ne. Es ist zu krass, was ich gerade an Items hab. Kein Platz für Boots. Die musst du mir lasten, die musst du mir lasten, ganz wichtig. Notfall, Notfall. Ah, chill. Du wirst einfach in der Mitte noch Minions nehmen können. Was? Ah, hier, schade. Hier, ich hätte wehen können. Hättest du? Ja, ja. Warte, du bist vor mir vielleicht gestorben. Ich brauch hier Hilfe, Ford. Ja, ich komm. Wir müssen gleich den Turm wieder, wir müssen den Track abgeben und haben wir basically verloren. 1 Karte abgeben. Das ist... . Chasen, Chasen, Chasen. Hinter euch schon noch zwei weitere. hab ich gar nicht gesehen ja die hat man auch erst gesehen ja so alles was ich machen kann na ja nee war zu gierig nicht gierig sein wir liegen übel hinten los das noch mal bitte gewinnen nein nein wir gewinnen das müssen alle sofort zum drake nicht zurückgehen gleich eigentlich mal botlen ja ja aber wir müssen jetzt alle gleich fertig ja warte ich dass ich das ein schön dass du nimmst ich habe sagt auch gar nichts kein problem drachen ne ja drachen drachen brauchen wir jetzt in elf sekunden wir bauen ein bisschen wards bisschen das smart adrox was wird geflasht da du bist so gut aussehen du bist auch top der main eigentlich ne das ist schnell genug sehr gut raus hier raus hier kannst du mich hier raus eskortieren übel lust ja ja die steht da drin würde ich one shotten ob es doch nicht das ist schade dass wir top so viele türme verlieren ein lauf nach unten zum bergen richtung leute das ist super ich würde auch scheinbar mutter halten die mitte ne ne gar nicht das ist nur ulti alles auf mich gemacht das ist so fun spaß ulti war das das ist unfair das ist einfach one shotte ja 08 lux das kann mir keiner erzählen das ist gleich noch eine runde das war wirklich sehr sehr schön gespielt max wahnsinn alter oh mein gott hey die haben die sind vorbei die sind jetzt offiziell raus max nein raus das waren zwei gegen vier oder so ein bumms ja ja das waren zwei gegen vier aber leider da war so ein ulf oh war das geil gespielt 0,9 lux ist ja ein lux jetzt gestorben ich schlur du wir haben 19 Tote davon hast du 9 ja passiert aber auch nur weil Semira verbuggt ist Senna ist verbuggt Nausblut ist verbuggt ich bin auch an einem bug gestorben ich bin auch an einem bug gestorben mal kommt der nächste drache wir haben zwei drachen kannst du das bitte normal aussprechen ich habe mich ehrlich gesagt gerade bisschen getriggert die kommen jetzt schon, du musst aufpassen ich bin auch einfach der beste Graves ja ich schreibe ich schreibe ich schreibe die erste schlussleveil 8 wohin jetzt wenn nichts wir können nichts machen das ist nicht man ob das nicht ein einziges objekt auf der map eigentlich müssen wir gerade für mapcontrollen für mapcontrollen gehen und worden oder so faxen aber da hat halt keiner bock drauf sonst schlussleveil facecheck mal diesen busch hier sonst mal können wir den kubaf nehmen willst du den haben natürlich ich nehme mir den besser oder nimmst du ihn das kannst du auch nehmen oh shit die können uns nicht halten na ich bin sehr squishy das darfst du nicht vergessen ich bin doch ganz alleine seit 2 gegen 5 ist das smart ja das ist i don't care i don't care i don't care oh ich hab sie noch es brennt sie oh das war close egal dafür wir haben damit so viel platz gemacht auf der map ja ich krieg auf botlane ja ja schade das war actually sehr close also wir hat auch nur einer gestorben von den 2 ja ja ich hab die katharina noch getötet das waren natürlich alle da ja und jetzt mags oh der flash wir haben gelernt dass sie den turk fokussen müssen das ist gemein carried by wayne alter schön im split push drin so da seh ich dich auch digger das hatte quadra kill potential sag ich mal ja das war dumm jetzt alle einzeln gestorben ja ne eigentlich sind wir zu zweit im fight gegen fünf leute gestorben aber wir haben fast alle gekehlt wir haben fast alle gekehlt einen haben wir tötet ich weiß nicht der strobel ist auch irgendwie gestorben nein nein der strobel ist einfach so reingelaufen wir haben alles gesehen ich wollte ja nicht angeflasht ne nein mann komm mal runter wir brauchen jetzt wir müssen track fighten 13 sekunden bitte 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 so weit mit lux fire boots als support legen wir es hin dass wir irgendwie um track fighten jetzt ja 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 das schaffen wir mal noch flasher haben die irgendwas für dich geused haben äh ich weiß gerade gar nicht komm dir her digger mein handgelenk zwiebelt unfassbar wenn dann nur der set flash ansonsten nix all right könnte wir machen die kabel kurz für control ja okay ich glaube wir können schon starten ne ne oder wohl ja doch 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 das starten sind alle nicht da kannst du clear haben wir ne ich hab nicht egal egal haben wir super wohin jetzt mit dem turm einfach mal chill dich zu fünft äh trying to clear das mal und dann warte denn dann gauged ja jo gute nachts oh shit 150 ist gut du willst dich einfach so insane out of smite hucken lassen out of smite ja ich orientiere mich an dem supporter das ist fightable nice oh insane out of der bait war gut ich bin ein monster ich bin ein monster du bist echt ein monster digger du bist ja völlig ja das ist oh die samira macht so viel schaden ja aber die hat gerade geultet die hat jetzt nichts mehr glaube ich nachdem oder die unendlich holy shit man digger was die verlieren das einfach die die wir haben kein anti heal ne niemand von uns hat anti heal ich hab anti heal bald ich hol mir nur normikons glaube ich bald ja das reicht von am anfang auch das voritem was 20 minuten das voritem das heißt oblivion orb ja du musst nicht direkt morelos ausbauen was brauche ich jetzt noch mein tier 1 peak freund irgendwas mit rüstung und damage am liebsten aber deathstands habe ich schon mehr mehr sicher ja das ist nicht die damagequelle und gegen samira hast du schon deathstands das ding ich muss halt auch checken gell wenn wir mit hyma und haye spielen sind wir beiden nicht zwingend die damagequellen wir können ein bisschen defensiver gehen ja kannste da irgendeinen red graves oder andere ich nehme den weil wir Bock auf den und der hat vorher auch als flüge den red buff genommen wird immer nachtragend sein aber ich bin doch echt gefeated schon wieder steht c4 c4 einfach du bist exklusiv bist du ja aber schiff strubel pusht allein den top 012 wir haben gerade noch gesagt so lange du nicht 015 spielst du kannst du danach was andere spieler support das spiel das spiel ich kann das nicht spielen ich bin zu squishy leider der macht das super ja die red die liste hat mich angeflasht irgendwie sowas in scheiß hat die gemacht wenn du es jetzt einfach nur deft ist free dann kann ich wohl tusten ja ein fight wirst du vertreten müssen der set kommt glaube ich zu der aber in der zeit ja da kann ich jetzt machen wir können machen eigentlich schon pushen oder pushen hören würde ich nicht die karte mit den turm holen oder was einfach kann ich bin oder will der set der von mir einfach ich würde einfach den turm nehmen und dann wieder machen oder erst übelo stimmt sagt das doch du kannst direkt tanken und rein oder oh mein gott war das aber knapp ne fein wir uns gegenseitig getötet wir können beide pushen was hat denn der ignite dabei überhaupt was ein loser noch ein türmchen ein bisschen ne jetzt gehen wir langsam weg wir sind allein von max scheiße ich bin ganz langsam keine boots habe keine boots hilfe ich habe keine boots alter was denn mit mir die art zu spielst du gut breifst auch gedruckt und wane auch na danke ok naja dann fehlt nur noch rein einfach ich sehe eigentlich auch ein kum ist auf verarsche 0 12 ist verarsche ist verarsche ist auch nicht so toxic man ist gebrochen chef Warte, die hätten wir töten. Obwohl? Oh, never mind. Hör auf. Hör auf. Die sind alle da. Die sind alle da. Blaues Wort wäre Knorke. Chef ist einfach gemutet. Was? Machen die das besser? Nee, muss nicht. Danke. Ja, wir haben einen schnarrten Deal of Marx, das ist gut. Ich hab Fahrenheit? Nee, machen wir nicht. Ist gut, ist gut, Chef-Schrubbel. Wir können ihn töten. Ich hab der Jena schon übel gedamaged. Ja, nice. Das können wir mal. Passt aus, die sind alle in einem Busch. Busch? Guck, da ist schon wieder einer. Können auch auf Drake spielen einfach. Können wir mal mit da auspushen. Ja. Nee, von Ahead spielen uns gerade dann einfach mit. Wir haben mehr killt als wir, aber das ist nicht so richtig, weil die Statistiken sind so ein bisschen gefälscht, ne? Was heißt gefälscht? Nee, das ist ja schon egal. Also 0-0-0 Gold, jetzt mal ohne Witz. Das ist doch scheißegal, ob er jetzt 0-8 steht oder 0-12, oder? Naja, stimmt. Wir müssen Drake machen, ne? Oder ist das nicht so? Ja, doch. Da ist schon recht. Da ist schon recht. Wir machen halt vielleicht Baron, während wir Drake machen. Achtung. Wir müssen... Obwohl? Ja, das war am Anfang. Das wird schwierig. Ich weiß nicht, ob wir das 5 gegen 5... Oh, Heimatdinger sind sowas geil. Ja, wir müssen halt schauen, dass Max lebt. Ich meine, Max hat die auch so ohne aus. Okay. Was? Ich versuch, da Max zu helfen. Habe ich? Sauber. Oh mein Gott. Ich könnte die töten, Samira, ich bin mir nicht so sicher. Du kannst alles töten. Oh mein Gott. Du kannst alles schaffen, wenn du möchtest, Koko. Du bist das, friss sie auf. Ruhig ist. Sie bin ich, Koko. Dragon ist da, wo wir Dragonsteiger haben? Ja, ja, mach Dragon, mach Dragon. Ich kann Dragon, ich mach gar kein Leben. Ich brauch eine Atrox, die mir hilft. Ja, ja, ich komme. Oh, der Zap da durch, wie unfair. Ja, ja. Noch zwei to go eigentlich. Ist alle tot? Kann ich mit zurückfahren? Nein, nein, ich will zurück. Nee, Samira ist noch da. Und die steht 18-2. Ich geh jetzt. 18-2? Nein, 18-5, sorry. Ich dachte gerade. Oh mein Gott. Ich verfälscht ein bisschen. Wir müssen eigentlich immer 13 kills abziehen. Ist es wirklich, oder? Nee, nicht 13, aber 5 kann man ruhig mal abziehen. Ich sage, es ist gerade ein 31-31. Ich meine, wir haben gerade gut gewonnen, weil Atrox einfach Out of Mind spielt. Muss man einfach mal ganz klar hier einfach auch appreciaten. Danke, Bro. Wie viel kostet das? 1700 Euro. Ich kann mir beide nicht leisten, wie nervig. Kann man die Kater töten in der Mitte? Ich glaube nicht, ich glaube. Ah, das ist auch noch der Diana. Jetzt können wir sie vielleicht töten. Schicke Rolle, Wayne, Wayne. Fuck. Boah, schön, Wayne. Wayne. Ja, aber wenn der mich aufhört, anzufassen und wegzuwerfen, dann wäre alles gut. Na, egal. GG. Das ist Finishing, ja. No. Ich schreibe schon mal einen GG in den Chat, damit die schon mal Bescheid wissen, dass vorbei ist. Das ist so asozial, weil dann denken sie, sie müssen surrendern, dann surrendern sie nicht. Also eigentlich würden sie jetzt surrendern, aber wir schreiben alle GG, dann surrendern sie nicht. Und nur um zu zeigen, dass wir nichts finischen können. Ich 2-Shot doch einfach den Turm, ne. Ich habe aber auch nur 2 Schuss. Ich glaube, deswegen ist es wieder Balance. Lass direkt Bottom in Hip. Nein, 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 wir gehen gleich. Wir haben über 10 Sekunden noch. Ja, ja. Stun ihn einmal, er ist auch tot. Klassikus töten. Einfach so. Einfach, weil wir können. Chef holen wir. Schade. Auch Trainer und Karte können im Notfall töten. Hauptsache der Tölt stört jetzt erstmal. Ich bin so gut in dem Game. Jetzt muss mich nur einer retten. Oh, schade. Schönes, Sonjas. Rampage. Ah, du bist ein bisschen zu tief gewesen. Echt vorhanden. Wir haben echt alle GG geschrieben. Dann kannst du dich zurück teleportieren und zu Baron gehen, Max. Ja. Ein bisschen Bauchschmerzen. Ich bin seit 8 Stunden am Liebzocken. Ich habe ganz vergessen, was Essen ist. Same. Soll ich mich mal hier top porten? Ne. Doch, mach mal. Die hat nur 90. Schnauze, Schnauze. Lass mal top pushen. Ich liebe das, wenn alle drei Inhibitor im Vektor sind. Ich finde das so geil irgendwie. Ja, ist auch gut. Wir können dann top pushen und gleichzeitig haben wir Baron control. Wir könnten aber auch den nächsten Drake machen in zwei Minuten. Da haben wir auch einen Drake-Zone. Let's go. 1,14 Lux. Jetzt haben wir es. Chef ist auch einfach gar nicht mehr anwesend. Acht Assists. Auf zwei Tote kommt ein Assist. Wayne spielt gut. Oh, was? Ich bin fast geklaut. Oh, hier kommt einer. Oh, hier kommen. Ja, aber dass er da so im Gebüsch drin steht, das ist halt auch sehr, sehr riskant. War kein Busch sogar? Dann noch besser. Einfach open. Das zählt eigentlich auch nicht. Oh, was? Du kriegst die? Ja, Brueleiser. Ja, ich hab noch Kata getötet. Hast du das gesehen, Schiff, Grube? Ich hab sie einfach zweimal abgeschossen. Nice try, schreib ich. Boah! Ich bin slow und hab Liandras mit. Ich hab das so gesehen, wie du es dir einfach durchlaufen lassen wolltest. Ja, ich hab auch scheiße nochmal geintet. Ich hab verdammt nochmal geintet habe ich, okay? Egal. Aber das war's neu. Nachdem ich 60 Kills gemacht habe, darf ich auch einmal inten. Schreibt alle GG. Ist vorbei. Ja! Guter Finish. Das war dir je geleben. Das war so gut. Das ist so geil. Wirklich. Es leckt jedes Mal, wenn in League of Legends sich schließt. Das ist ja ein Albtraum. Scheiß. Ich weiß nicht, ich finde, ich hab gute Arbeit geleistet. Ich geb Arthrocks und GG. Ja, ja. War alle geil. Dankeschön, dankeschön. Gogo? Jo. Boah, ich bin schon Silver promotet worden. Ich auch gerade. Aber das Ding ist, die Gegner werden nicht besser, bis wir Platin hitten. Weißt du, was ich meine? Weil die Smurfs kommen ja aus Platin. Naja. Die wir die ganze Zeit spielen. Das heißt, desto höher wir kommen, desto besser werden die Gegner nicht. Sondern eher... Ich hab dem Drubbel Tilt Proof Honor gegeben. Die Frage ist halt jetzt, wer geht Support, ne? Ja, ich kauf mir schnell einen. Okay. Das Gute ist in League of Legends, du kannst einfach 10.000 Kack-Games haben und dann hast du ein geiles Game mit heftigen Plays und das lädst du hoch. Mhm. Safe. Das heißt... Oh, Chef Strubbel ist Mitte, oder? Chef Strubbel, du musst sagen, was du spielen müsstest jetzt schnell. Ja, will ich mit tun. Ich nehm Flash Heal, ne? Willst du top gehen, Chef? Äh, ich kann auch top gehen, wenn du mit dir spielen willst. Wie du willst. Ja, ich würd eher mit dir gehen, weil ich hab auf top halt legit keine Champs. Wirklich auch. Wen spiel ich denn mit dir auf der Bot? Wen willst du sehen? Nami-Lusion ist komplett gestört, ne? Ja, Nami-Lusion ist zick. Okay, dann spiel ich einfach, ähm, Cidia. Zeig mir mal einen richtig guten Adi-Carry. Wenn wir die Bottom-Lane ficken, kriegst du 10 Sub-Gifts. Aber wirklich ficken. Also wir brauchen richtig, weißt du? Okay. Haben die Ash oder kann auch Ash-Support sein, ne? Kann auch Ash-Support sein, ja. Die haben Soraka gebannt, was haben die denn? Also, die müssen ja ein Trauma haben. Was ist denn da passiert? Ja, die haben auch Blitzcrack gebannt. Die haben ein ganz heftiges Bot-Lane-Trauma. Das ist geil, wir spielen gegen ein Fünferteam, die ein Bot-Lane-Trauma haben. Kauft ihr Chromas? Die gibt's in verschiedenen Farben, diese. Hä? Oh, Yumi. Die haben ganz, ganz starke Probleme. Oh mein Gott. Erst seitdem... Also... Weiß direkt Bescheid. Welche Farbe ist es? Fuck, ich weiß nicht, welche Chroma-Key-Farbe ich spielen soll. Pink? Lila? Die sehen alle irgendwie kacke aus. Der Schwarze? Boah, ich fiel meinen Luschen echt mit Boots und mit Cookie, oder was? Grün? Glaube ich nicht. Schaust du OPGG immer, was die Leute bauen? Ja. Und da steht Boots und Cookie, oder was? Boots und Cookie steht da. Achso, ich dachte... Achso, ja, ja, würde ich machen. Du meinst jetzt in Masteries. Ich dachte, du fängst mit Boots an. Nein, nein, nein. Boots und Cookies is legit, ja. Luschen. Ich mach das jetzt einfach. Wenn das nicht funktioniert, dann kann ich jemanden flamen. Versteh ich nicht. Hab ich dir das ausgelenkt? Ja. Geil, ich hab das voll im Cool-Skin. Ich sehe ja nie, wir supporten. Ich ignite da hier, was soll ich mitnehmen? Exhaust. Ja. Ich ziehe mir echt böse das Handgelenk, Alter. Wir sind echt fett am Zocken. Ist das gut, was du machst? Weil, ist das so ein bisschen so Reha-mäßig und du bewegst dein Handgelenk? Oder ist es giga-schlecht, weil du viel zu überrascht passierst? Nee, nee, das ist auch nicht das eingerostete Handgelenk, was weh tut, wie sonst immer, sondern es ist wirklich genau da, wo operiert wurde. Aber was kann da passieren? Das ist ja jetzt neun Wochen her, das ist ja geheilt. Oder was soll da passieren? Schlimmste Fall einfach nochmal operieren. Das geht nicht mehr. Wenn das nochmal reißt, auch in einem Fight oder so, wird nicht operiert, dann wird einfach eingepackt und gehofft, dass das zusammenwächst. Dann war's das. Aber willst du jetzt nochmal kämpfen? Ja, ja, safe. Okay. Auch mit dem Handgelenk. Ende des Jahres. Guck mal, was haben wir jetzt? Guck mal, jetzt ist es Mitte Juli. Jetzt will Hanky auch, äh, jetzt will Hami auch kämpfen. Ja. Ich kämpfe gegen Schiff Strobl. So. Nuh. Das ist schon, was bei MRT nächstes Monat rauskommt. Ich wusste gar nicht, dass du so schlimme Handprobleme hast. Ich konnte kein Gridshot spielen ne Zeit lang. Weil linke Maustaste drücken im Wege. Gridshot ist das, wo Schiff Strobl so hohe Punktzahl hat. Da, wo du ganz schnell, da musst du einfach ganz schnell hinter meiner linke Maustaste drücken. Flicken. Flicken eigentlich viel, einfach. Ne, das linke Maustaste drücken war das Problem. Weil du musst ja auch. Ach so, ja, ja. Du flickst und du Maustaste drücken. Genau. Das heißt, du bist quasi dauerhaft am linke Maustaste drücken. Invaden. Invaden, ja, nein. Ich hab meine Welt nicht geskillt, aber ich hab den anderen Ding geskillt mit Heal. Wollt ihr mitkommen? Wollt ihr mitkommen? Ja, oder? Ne, ich geh einfach rein. Lass über Mitte wieder, ne? Ja, ja. Aber Hanky hat ja auch Probleme, hat er gesagt. Krass. Ja, alle Zocker haben Probleme, glaub ich, mit Handgelenken. Hankys Handgelenke sind auch absolut im Arsch. Ist ja echt Glück, glaub. Aber das Ding ist, das ist bei Hanky nicht absolut im Arsch. Das ist halt dann das... Ja, stimmt. Und du hast dich kurz gezeigt. Rice? Wer ist denn Rice hier? Hallo, das bin ich. Wie geil, hast du a Rice main? Rice. Super. Wollen wir rein? Dann geh mal vor, Max. Äh, Chef Strubbel. Chef Strubbel vor. Okay. Oh ja, er schläft! Nein. Oh, schade. Warte mal. Ja, Yumi kann ja direkt da checken und weggehen. Nein, das macht man halt. Du stellst dich halt hier hin und sobald du jemanden siehst, dann rätst du halt weg. Ja, und Yumi kann ja auch auf die Champs drauf. Ja, das stimmt. Ah, Wollibear gegen mich. Kotzig. Hami spielt Lucien. Ja, aber du hast ja vorher Wollibear gespielt und weißt jetzt, was seine Schwächen sind. Mhm. Das ist ja ein Vorteil. Das daran musst du arbeiten. Ah, ich muss sagen. Wenn du jetzt wieder stirbst und sagst, der Champs ist verbuggt, dann brech ich zusammen. Fehlt dir nicht noch irgendwie ein Pot Graves oder so? Nein, nein. Ich spiel immer ohne. Krass, kannst du ihn wegschießen? Wie OP. Ja, ja. Ich werd gar nicht getroffen von dem. Ich krieg gar kein Damage. Ich wollte dich heilen, aber scheiß auf dich. Nein, nein. Ich kann ihn dauerhaft wegschießen. Das ist ja das OP. Deswegen spiel ich auch keine Potz. Das sind einfach 150 Gold gespart. Max, was hast du denn? Nee, das hat mich jetzt gefickt tatsächlich, ne? Das hat mich wirklich zurückgeworfen. Ich dachte, das hilft. Ich dachte, das hilft wegen der Agro oder so. Das hat mich einfach zurückgeworfen. Einfach 10 Sekunden verloren. Das hast du ja auch noch nicht gesehen. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Also wenn wir die Bottom Lane richtig... Boah. Wenn wir die Bottom Lane richtig zerstören... Sehensabgift für Hami. Also das hat mich als mies gebrochen. Ich komm da an und denk so, hä, sponnt ja später? War ich zu schnell mit meinem Blue Buff oder so? Und dann kommt der einfach von der Top Lane ange... Von der Bottom Lane angelaufen. Oh Mann ey, das ist doch nervig. Egal. So schnell war es auch nicht. Die heilt halt böse gegen. Yumi-Nami ist halt auch eine Todes-Tobo-Lane hier. Das ist halt... Nur zwei Power-Laner. Ja, am besten hättest du jetzt einfach noch eine Srak hat oder so gepickt oder so. Das einfach nur geheilt wird. Das Ding ist, wenn ich mit meinem Coup treffe, sind ja beide ges... Ne... Jaaa, aber man kann die Yumi halt nicht angreifen. Also ich weiß nicht, wenn die rauskommt, ist die dann gestunt? Kommt die gestunt aus ihrer Scheiße raus oder nicht? Ja, ich glaub schon. Oder kann die einfach während der Add-Carry gestand ist nicht aus dem Add-Carry raus? Boah, ich hab halt... Wie findest du das? Das ist geil, oder? Das ist gut auf jeden Fall, bisher. Danke, Mann. Das mach ich mir so viel Damage. Aber bist du wohl Junglers? Hast du gestartet das? Nope. Nee. Nope. Wieso krieg ich keine Cookies? Bist du nervig, Top-Man? Ja, er hat einen HP. Er hat einen HP, top. Ich auch. Warum sterb ich da? Ist verbuggt. Warum sterb ich da, fand ich... Wirklich... Das ist wirklich witzig einfach. War aber wirklich seltsam. Er ist wirklich einfach gestorben irgendwie. Ja, bei jeder Runde ja. Frost, Flash, Ignat, Frost. Loil, die ist wieder voll? Naja, die heilt. Die Drecks, Yumi. Aber die hat gleich keine Mana mehr. Ja, ja, ja. Aber Yumi ist danach endet. Die hat keinen Mana-Regen. Die ist dann raus. Da kommt Hecarim! Guter Call. Gibt ihr Speed ab? Ja. Kann ja nix machen. Auch mal zeigen, was hier abgeht auf dem Wort. Ja, es ist gut, dass die Yumi... Ja, Yumi hat null Mana jetzt. Hm. Vielleicht die Bieter oben. Das heitet dich direkt. Dann kann ich den... Ja. Ja. Okay. Safe wird der Hoftipin. Weil er Dings hat. Ja, wir haben oben keinen Wort mehr. Kannst du mal Worten? Wegen Hackerim. Ja, habe ich den 1. Ja, okay. Komm, komm, komm. Oh, schade. Egal, ich mach den Pinkbot gleich weg. Nice! Hat der geflasht ging nicht? Hat der geflasht ging nicht? Guck mal, ich habe noch Healed. Nein, nein, hat er nicht. Hat er nicht auf dem Schirm? Bam! Ja! Nein, die Minions! Ich habe gerade gehealt. Ich habe gerade gehealt. Ich habe gerade gehealt. Aber da kommst du easy raus. Ein Auto-Attack, dann wird der geslowt. Okay, er geht weg. Geh lieber weg. Du musst ihn nicht noch... Keine Ahnung. Erst mal halbe Stunde hinterherlaufen. Schön, Mann. Boah, guck mal, wie die in den Tower pushen, Alter. Die Minions werden alles so gut. Das Exorums kam viel zu spät. Ja, das kam absichtlich. Sehr, sehr spät sogar. Trinkt nach einem Cap. Hat der nicht gerade eh einen Pinkwood da reingestellt? Ja, hat er vielleicht noch eins gekauft. Weil? Dann hat er zwei Pinkwoods gekauft. So, guck mal, da siehst du mal, wie man spielt, Bro. Wow, Mann. Kekse kommen nur per Runen. Deshalb habe ich keine Keks runen. Hat jemand einen Keks für mich? Hat jemand einen Keks für mich? Wir sollen runen kaufen, tatsächlich. Gucken wir an den nächsten 1800 Gold gehen erstmal in... Was ist denn das für ein Buy? Wieso forbidden Idols? Ist doch insane. Nicht echt gut, ehrlich gesagt. Mana Regen ist mit Nami das A und O. Der Leon ist hier. Passen wir auf. Aber den können wir töten, ne? Müssen wir jetzt übel gefeedet, oder? Das ist wieder. Unten Slow. Sehr schön. Einfach getötet. Einfach getötet. Einfach getötet. Das war sehr, sehr nice. Volleybeer geht nach unten. Volleybeer geht nach unten. Kann ich nicht chasen. Nach unten? Du meinst Mitte. Oh. Das Einzige. Wenn du E hast... Oh, das ist voll viel verlangt. Das weißt du aber selber, gell. Oh, das ist doch nicht auszuhalten! Denn... Wie du dich noch gehealt hast! Freakle, Freakle, Freakle. Freakle, Freakle. Digga, Hami! Wieso hast du so deinen Champion unter Kontrolle? Fürs Abgift geht das. Der hat da gewartet. Du musst da rumgehen. Und wenn du die Stunts und Mini Aegis haben wir die. Ja, doch. Ein Silbertablett. Auf, ein Silbertablett. Ja, ich fang mal die Weife dich hier, ne? Guck mal. So ein guter Jungler bin ich. Und dann nehme ich sie den vor. Was ein Typ! Was ein Typ, Mann! Ja, ich fang mal den Pink hingepackt, ja? Aber den Wurf hast du dir selber, bitte? Ja, ja. Hast du ne E gleich, Max? Warte. Warte. Ich schau mal wie lange ich brauch zum Auspush, wenn sich's ausgenehm ich ansonsten tun. Okay. Ich geh nochmal kurz nerven. Noch weg. Ja, macht der mir so viel Damage. Boom. Das ist so scheißegal. Ja. Soll ich sie gerne nehmen. Oh nein. Ich hab hier unten geworfen, dass die Yumi nicht zu gefeedet wird. Hast du gehört? Äh, äh, Romata? Ein Pix, den wolltest du sagen. Ja, aber wirklich. Ein Pix, den Sau. Dieses Picke. Ich hab so rausgehört. Er hat da reingeholt. Keine Ahnung warum. Nochmal tatsächlich. Und jetzt, ich hab da rausgehört. Hast du die Flubaff aus? Nein, 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 nein. Dafür bin ich bekannt. Sag mal, wie sehr Mana Probleme hast du? Oh, das ist eher mehr Lebensprobleme gerade. Hast du Mana Probleme, Bro? Oh, die Anivia. Oh, was? Das war in range? Ja, ja. Nein, 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 das ist gelogen. Natürlich. War das? Ja, ja, klar. Lol. Das war übelstreich. Ich brauch zweimal Forbidden Idol. Einmal für Ardent Sensor und dann hab ich mir direkt Mikael's Blessing. Ich hol mir nicht mein Mystic Legendary Item. Also, du kaufst dir einfach zweimal dasselbe Item jetzt gerade. Mhm. Du wirst uns spüren. Okay, 100% Base. Tom? Ah, nevermind. Oder? Oh mein Gott, der turret. Der turret. Oh mein Gott. Warte kurz. Ich hab jetzt Ult. Noch ein Minion. Warte, warte, warte. Ich lass kurz das Simen durchgehen. Hier zwei ist halt stark auf dem Botland, ne? Oh, der Exhaustet. Du musst die auch Exhausten, wenn du kannst. Oh mein Gott. Hab ich. Jaaaa! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist nachts, es ist nachts, es ist nachts. Oh, es ist nachts. Hast du ne E? Hast du ne E? Ja. Warte, warte. Jetzt. Oh, ich bin fast gestorben. Ja, war trotzdem geil. Ich hau mal Toplan. Ja, ja. Das geht noch, das geht noch. Ich hab auch noch Ult, wenn du kommst. Nein, ich werde ein bisschen gefightet. So einen Luschen hab ich mir immer gewünscht. Mein ganzes Leben lang. Und Romatra und so. Oh Gott, die kommen. Ich hab doch geultet, Dick. Jaaaa! Warte mal. Jaaaa! Ich tönte die Yumi im Turm und der Turm kriegt den Yumi-Kill. Schön! Yumi 3-Kills. Was? Die Yumi hat nicht mein Assist bekommen. Die Yumi hat nicht mein Assist bekommen. Nein, willst du Top Romatra? Die ist Level 5. Ich bin halt sehr lau. Ich weiß nicht, wie viel Damage der macht. Ich hab CC. Ich hab CC. Ja, okay, dann komm. Dann lass uns mal Toplanetip gehen. Keine Rano. Warum lachst du denn? Wie dreichs wäre das jetzt? Die Ash 1 wie 1. Der ist im Wallstride. Ich dachte grad, du versuch's ehrlich. So gut, Alter. So gut gesp... Also... Ei! Uff! Das ist geil. Ich hab jetzt Flash, E und mein Items zu nach vorne springen. Die Ash wird jetzt richtig genommen. Ich hab 3k Gold auf der Tasche. Ich muss zurück. Mhm. Kaufst du diesmal kurz, Bro. Oh, Max, warte. Gib mir jetzt gleich meine E. Da wird jetzt trippelt reingesprungen. Und die Ult geflasht. Okay. Schade, schade, schade. Dachte ich vielleicht da durch. Du spielst ja einen super, super, super krassen Lucien. Du warst doch nicht nur Platin. Ne, ich war auch schon mal in Gold. Gibt es nicht irgendein Item, dass du... ...den Dominions gestürtet, dass ich irgendwie Gold kriege? Sehr schön. Gab's das nicht mal? Ja, glaub schon. Abuhos. Alter, vielen Dank. War jetzt sehr zu schätzen. Ich spiel übertrieben doll League of Legends. Ich komm zu dir. Da hat er bestimmt auch gerade gespielt. Mit Monte. Ach, Scheiße. Ich kämpfe zu Löwe, aber nie wieder Egg. Ist raus. Ich geh mal back. Ich hab gut Gold. Ja, warte kurz. Ich brauch gleich einmal ganz kurz ne E. Ich hab keinen Mana. Ja. Ach, für eine reicht. Okay. Oder eine Ult. Warte mal. Komm mal mit. Wir stellen uns hier hin. Was? Ah, das ist daneben geschossen. Was? Das checkt die? Wir sehen die uns. Weil das hier Vogel ist. Ich hab noch... Ja, weil der auf die Annivier gehen soll. Hat der schon Rüstung? Ja, der hat schon mies Rüstung gebaut, der Scheißigerin. Okay, hier. Oh, bitte ein Auto Attack. Oh, die Healed auch noch. Ja, die Healed dauert. Das ist nervig. Ja, warte. Hast du ne E? Ja, ja. Ah. Ich schau ab und zu mal Top Lane und dann schießt man. Ich sag's, alles geht schon daneben. Aber Howdy Shit hält der viel aus. Du machst ihm ja fast gar keinen. Na, wir sollten kurz warden gehen. Ja, ja. Was das für ein Nutten ist. Digga, ich hab geflasht, um sie zu exhausten. Wie krass. No way. Ah, okay. Das ist zu schnell. Ich hab geflasht, um zu... Oh shit. Um zu exhausten. War das gut? War das okay? Ja, ja. Das war sehr gut. Dadurch haben wir die noch bekommen. Sonst wär ich vorhin schon gestorben. Aber war das nicht... Prusch aus, prusch aus. War das nicht bei Yuumi so, wenn man die angreift, dann kann sie nicht auf ein Teammate springen? Nein. Wir sind C's. C's, 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 C's. Digga, willst du mich verkackern? Geil. Die Yuumi hat vier Kills. Aber bei uns hat der Lucien sieben Kills. Und vier Tode. Die Yuumi, die snackt mich da aber auch weg. Ist auch geil. Vor allen Dingen, deren Ashes 05. Das schreib ich dir. Darf man das schreiben? Oder... Also... Also ich finde, das ist schon die 10 Subs worth. Jaja, safe. Aber das 05 musst du wirklich nicht schreiben an die Gegner. Kann man dafür gebannt werden? Nein. Ah, 05. Oh mein Gott, Mann. Äh, Wollibear is missing off top. Der hat sich immer warden. Diggi, weißt du, ich hol mir als erstes Ardent Ascender. Verstehst du das? Nein. Ich geb dir so viele Tech-Speed. Nimm den mal. Kannst du den Bluebuff jetzt hier nehmen, ne? Ich weiß nicht. Du kannst ja auch gerne, wenn du jetzt direkt kommst, dann... Ja. Ja. Ich hab dir ein bisschen anfangen zu zaubern. Gib dir einfach ein E. Oder baite die einfach ein bisschen. Ich stehe hier hinten, da denken diese... Oh, der steht hinten. Mach mal, mach mal die Minis. Einfach so auf ganz dreist. Anni, wir müssen. Jetzt Ulti. Du kannst. Ne, die reichen auf. Ja, der ist halt echt verstauen, ne? Ja. Oh mein Gott, deno. Du wirst noch mal ein Speed ab. Wir können mitwenden sonst auch killen. Hast du eine EE? Sag wann. Aber noch nicht geben. Hast du? Die ist bereit. Ist drin, ja. Ist drin. Ah, okay. Schade. Boah, die Jumi ist so schnell auch. Ja, ja, die ist auch schnell. Wieso die eigentlich... Aber Leute, die Jumi spielen, die ich finde ja keine League of Legends, oder? Weil die Sisten dann rein. Ah, ja, ja. Dann stehen schon zu. Anni, wir erst da. Glaubst du, er engaged dich, wenn du das hängst? Ja. Und ich fechte er Ulti aus? Und dir dich engaged. Ich heil dich. Kannst du dich fast alleine machen? Auf Disrespect nimm den auch noch. Okay, nein, die läuft weg. Oh, so kriegst du. Ja. Ja. Reicht das? Scheiße. Hättest du den nicht ulten können? Nee, nicht auf Cooldown. Scheiße. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt wird die Ulti da gewesen. Dann wäre er Down gewesen. Doch, die zähle ich noch. Einfach 10. Die zähle ich auch als 2. Was sind das für Bubbles? Wow, ist das so gut? Ich hab keine Ahnung. Ja doch. Ist das eine gute Nami? Ja. Danke. Warum ist Max so gut? Deine Nami ist krank. Oh. Wie so Integerstrubel. Ich weiß. Der findet es gar nicht mehr lustig. Hm. Und Drake haben ihn, ne? Jetzt ist halt Arsch für die Gegner, ne? Ich hab Mikael's und Arden's Sender. Ich kann dich jetzt einfach aus allem befreien, ne? Du wirst meinen Mikael's Blessing lieben. Der Adi Carry liebt mich. Der hat keine Ult, Romatra. Ich geh um in den Busch, ich kann den ulten gleich. Okay? Ja. Ich kann dir halt nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen in den Ulti-Skill. Ich komm. Ich hol mir keinen Myth-Tick. Heißt das so? Ist das hier ein Ward? Ist Frostfang automatisch ein Ward-Item? Hast du den? Ne, der ist zu schnell. Ich hab keine Boots. Ich hab keine Boots. Könnt die auch wieder Zeit eh geben. Könnt die auch wieder Zeit eh geben. Könnt die immer checken? Könnt die immer checken? Könnt die immer checken? Ja, ja. Ist der ein Hakerim strong? Geht das immer? Oh, was? Den holt er sich? Oh. Ne, da sollte man nicht gehen gehen. Ich war da kurz. Achtung, Achtung. War nie wirkt, ne? Oh, vier Stück sind da. Vier Leute kommen hier, Scheiße. Egal, stalled einfach, stalled einfach. Also wir können den Fighter hin. Immer weg, immer weg, immer weg. Wenn der Speed up kriegt, wird es hässlich. Die kommen hier alle. Fang an, jetzt müsst ihr was machen. Fang an, fang an. Jetzt müsst ihr was machen. Einfach mal so eine Ulti reinmachen. Oder so. Ne, gewinnt das auch ohne mich, ne? Nein. Boom. Alles Jungs. Und alle haben das überlebt. Ich habe es wirklich mit 0 HP überlebt. Legends. Einen Ticken weniger als 0 HP hatte ich in der Situation. Ah, Geistesgang. 07 Mashed. Oh man. Mittlerweile sind die Heels auch geil. Eigentlich sollten wir hier weggehen. Das wäre schon. Ja, lass mal weggehen. Wir müssen es auch nicht overgreen. Ich bin da. Rein theoretisch. Aber ich habe Mickaels und alles. Lass das hier machen. Ich bräuchte. Oh Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin da, ich bin da. Hey, lass mich helfen. Max. Oh, bin bereit. Oh. Oh. Ey, Ding ist ein bisschen Volli. Kannst du auch unten laufen, Rice? Achtung. Hint durch. Volli. 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 Ich bin auch krass zum Limit testen gerade. Scheiße, das war kacke. War an dieser innen von uns allen. Was sind wir oben? Wie hässlich sind wir denn? So. Okay. Ich dachte gerade, ich hatte kurz im Kopf irgendwie das Volli, der im Jungler ist. Was würde mir das denn empfohlen? Was ist das? Das Imperial Mandate ist ganz gut. Echt? Warum? Glaube ich. Das spielt jeder Supporter gefühlt. Ich weiß, das macht keine Ahnung. Ich hab mir erstmal Boots. Noch mal Mana ridden, das ist ja zu viel gefühlt. Ist ja alles mit Mana ridden. Ich hab mir das Anti-Heal-Ding. Wir haben Vollibeer. Wir haben den Blauen. Wir haben den Blauen. Ich dachte, wir haben viel heftiger gewonnen. Aber wir haben nur Bottin so heftig gefrikt, ne? Oder? Naja, steht 7-2. Und hab mehr es hier ist als ihr. 2-4 Rise. Okay, stimmt. Das ist neu. Was ist mit 2-4 Rise? Was? Das ist neu. Was neu? Ich dachte, du stehst auch 8-0. Aber das ist doch gar nicht gewonnen. Ist auch gewonnen. Okay. Oh, die würde ich nehmen. Oh, die würde ich nehmen. Nicht, 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 nicht. Die Minutes. Die bräuchte das Item. Schade. Schade. Dann kaufe ich mir keine Items. Auch gut. Ab jetzt kaufe ich mir gar nichts mehr. Ja. Wie sauer. Top 3 Gold. Nice. Also die Golems wollen. Können wir weiter pushen? Ich bin ja eh gegen. Ich hab Exaust. Ich weiß nicht, wo du du bist. Ich weiß nicht, wo du du bist. Ich weiß nicht, wo du du bist. Echt? 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 Ich hab' den Jungle bisschen geworden gehen. Oh, der hat einen Drangle geclared. Top set. Und Träten ist hier so. Alles sick. Ja, echt. Also einfach Boardeln weiter rein pushen, oder? Ah, ja. Immer mehr Server-Mentor. Oh, Hacker im Hintergrund. Eubild Chaos Collapse. Exausts Exausts. Exausts. Ja, aber der Woli-Bär auch noch. Push damit oder so. Alles. Okay. Top push, denke ich. Top push, ne? Nee, Anivia nicht. 5 Leute. Scheiße. Ich hol's dann. Ich hol's dann. Ich hol's dann. Ich hol's dann irgendwie. Das war ein. Äh. Oh, das war ein In von der Anivia. Hat die noch ein Ei? Wenn ja, ist mies. Ah. Aber das ist sogar gut von ihr. Oder? Graves ist ja stark. Wow, das war sick. Böse. Ich hab' ne Jumi, der kannst du nicht machen. Graves ist fantastisch krass. Danke. Weißt du das? Danke, ich weiß. Dein Greystrang ist so wie random. Wenn wir Throne waren, war das noch so heftig. Ja, ein bisschen. Aber wir kriegen Top-End-Turm vielleicht. Nee. Ich brech mir meine Finger mit dem Champ, man. Aber das die Jumi da halt drauf ist, ist ja ekelhaft, ne? Äh. Wär da keine Jumi gewesen, hätten wir die alle gespielt. Die heilt, die spielt, die gibt Attack-Speed, die slowt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Können wir... Können wir... Können wir hier hinweg gleich alle zusammen? Kommen wir hier an den Top-Turid. Ich hol den jetzt auch, obwohl der mir noch... Warte, ich muss gar nichts was machen. Lauf direkt runter. Lauf direkt zum Drake, bitte, Chef Schrobel. Ich muss dich feiten. Ja, du bist tot. Ja, ja, du bist dead. Was machst du, Lucy? Ich will dich, ich will dich, ich will dich. Was? Komm zu Drake. Drei Leute top, drei Leute top. Oh, nee, ne? Vier Leute top. Wir können jetzt Drake machen. Drake, 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 Drake. Ich hatte sie fast. Ich hatte sie fast. Jetzt ist die 0,8 Ash 4,8 oder was? Lol, was? Ich musste sie ulten. Ich kann welken das. Können wir ein bisschen rauspullen? Wir leben. Ja, aber wir machen ihn einfach. Ist okay, ich hab den Top-Turid vorbekommen. Die kommen jetzt von oben, habt ihr gesehen, ne? Der Drake war wichtig. Ja, aber ich komm auch. Ich komm auch. Ich komm auch. Ja, okay, vielleicht können wir doch fighten. Doch, doch. Schöne Ult, Max. Ja, warst ne kranke Ult, Digga. Der sieht dich nicht. Boom. Alter, wieso greift der mich denn? Ist der dumm? Vier Leute von denen tot. Der muss doch dumm sein. Oder? Wir können rein dritte Sperren machen. Wir können rein dritte Sperren machen. Wir können rein dritte Sperren machen. Warum ist der nur auf dich gegangen? Der ist nur auf mich gegangen. Aber ich leb's aber noch. Der wollte wahrscheinlich noch einen Freakill mitnehmen oder so. Echt? Ich sag der ist dumm. Ja, das war auch dumm. Aber ich glaube, du bist ja der am schnellsten Schiff von allen. Ich hab bloß die wenigste AP. Aber es bringt ihm halt trotzdem nix. Ja. Mein Armin ist ja, da gibt es 30% mehr Attack Speed, ne? Das bringt mir leider fast gar nichts. Oder da gebe ich das Lucien? Ja, ja. Gibt das nicht mehr. Lucien, spürst du's? Das ist über krass hier sogar. Sauber. Das ist wie ne Uzi. Das ist gut und wichtig. Oh, hier ist noch ein Wort. Was? Ich verkaufe... Dies. Und hol mir Lens. Hier brauche ich's noch. Ich brauche noch 100 Gold. Kann ich kurz die Mitte Wave annehmen? Ja. 100 Gold. Wo haben die mich noch gesehen? Schwierige nochmal. Always Trouble. 0-3-0 Morde Kaiser. Nicht ein Assist. Ja. Aber gut erfahren dafür. Zwei Türen beworben. Bisschen in Ordnung. Er hat... 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 Er... Er hat... Er hat... Er hat... Er hat... weiterverhalten weiterverhalten jetzt muss der struktur bekommen da ich bin da errennt aber weg von mir ich bin nicht so schnell ich nichts machen ja 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 wohl sind aber auch alle auf einen auf einem ding egal renn weg in den turm irgendwie ja wohl ja wenn du bin nein irgendwie ne macht die schaden die anivia aber die juli 600 ja kannst du kannst du ich habe eins ding mal muss noch eins kaufen wir haben es auch was für ein item soll ich holen formel ich muss einfach bramble dann also kommt mach dein item jetzt bist du baust fertig dann hol dir bramble und dann bild noch mal weiter und dann erst zum schluss formel auf den der juni ist dieses unbesiegbar das ist doch schwachsinnig ja ich muss den versuchen zu holen aber das problem ist dass heckerin von mir weg ran wie eine fett sau was haltet ihr von quick blades auf mir damit ich meine eh die ganze wieder krieg ich habe in 20 sekunden teleport ist zu spät ja wir brauchen hier direkt ja direkt sehen ich habe und 15 nach ich habe noch gelb schon wieder gekauft was denn du musst von land sein du musst einfach den hickern wollten also das ist du musst nur auf ihn aufdrücken ja ist ja auch kein skillshot oder also wir müssen immer hier wort gehen können muss da vorlaufen die könnte ich nicht halten ich weiß ich versuche aber hickerin nein du gehst du läufst vorn wenn hickerin kommt ist du ihn hickerin läuft die als erstes rein bei den kappen und leider one shot ja es hat fast da und hickerin fast da und mir auf mir ein hp aber er wird so hier wieder ich habe gesehen ich habe sogar ich wollte sogar klänzen ich habe hochgeworfen alles im dauer gestand du schon nichts machen haben du sie sich den ganzen fight nicht bewegen ich sag da nichts zu zwar nicht so gut für mich ja es war geultet und ich habe gegen es und wir gefaltet wir haben die 06 es so ausgelacht so 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 doll ja weil die auch so kacke war einfach nur schuld gleich und habe vielleicht noch eine chance wir doch mal rein denen ja doch 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 einfach rein holten mit dem buch hinter nein aber er ist ihr medien schafft ihr gemacht speed up Peek hat null Mana Ja Oh da ist ja noch einer Fuck Max nimmt ihn durch der Bigster Was zum Fick Scheiße haben wir überlebt aber Der Heckerim kann hier jederzeit rein speeden Wir müssen uns eigentlich in der Base campen bis Kannst du dich heilen Chef Rubel? Achso ok Kleine Schild und ist wieder weg Ja das kann ich den Heal umwandeln Oh der ist hier der ist hier der Bastard Nicht zu viel beleidigen ne? Bottom was machen wir da? Da kommt eine Ash Hier haben wir die Ash 1v1 Soll ich auf Lucian oder auf Graves bleiben? Wärts mehr gefeedet 12, 8, 15, 11 Ich geb Lucian Speed Ich muss ganz kurz zu meiner Tür Oh Boah Wärts auch nicht zu weit rein gehen hier Ne das ist das Lost Grace Das kann einfach Game Losing sein was du da machst Oh oh Okay Ja die werden sich erstmal einen Baron holen Auf dem Ganzen schon Naja die machen einen Lockeren Die hat auch Ey hast du gesehen was Yumi hat? Die hat Mejoys auf 20 What the fuck Dann können wir gar nicht gewinnen Aber warum macht man das doch Ist sie nicht Ist sie nicht Was bringt dir das? Sie macht doch ganz viel Eine Milliarde heal Digga das ist ne Yumi 20 Wurde gut gesehen Ja ich kite ab jetzt für Lucian mit Wir haben halt den ganzen hier Dings gewollt So facetracken wir alles wie die dummen Ja wir brauchen hier mal Wards Oh n Redbuff würde ich mich sehen Ach Wobei ich glaube anstatt ein Blutdöster In Blade of the Rune King auch gar nicht so verkehrt Die machen irgendeinen Trick gleich Die kommen durch die Mitte rein und gewinnen einfach Oder so n Scheiß Die machen Barry nicht Wir bleiben aber auch nicht Naja da kommt die Der Zug Geht er weg Geht weit vorne Du bist viel zu weit vorne Ich kann ja erst ein Spiel nehmen Nein warte 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 Ich kann erst ein Spiel nehmen Ah nein chill 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 Noch nicht Ich hab ihn Das ist viel zu früh Bro Ey ich bin nur gestunt Alter was Schön Ah auf die Okay Ich hab ihn ja Ich hab ihn gecleanzt Chillic wir können das Wir können das ganz ruhig spülen Ah nie wir Nie wir irgendwas Ich hab ihn rausgehauen Ich muss reichen jetzt auch Ja ja ich hab sie Ich muss raus Ja Scheiß Ash Als ob die Feeder Ash Das gewinnt Sorry aber Nein Yumi Hackerim ist zu krass Yumi Hackerim ist zu gemacht Scaling ist zu krass Scaling ist zu krass Yumi Scaling Der hat 20 Majors Der ist untöd bei der Hackerie Guck mal Mein Autotext ich bin fullfeeded Hallo Du bist fullbild Du kannst kein Damage machen Ich bin fullbild kein Schaden Scheiße Digga Krass So mächtig ist Yumi Einfach gegen den Yumi Wir haben auch gelacht dass sie 5 Kills bekommen hat Ja Stimmt 床